so freunde der spielkultur beim letzten mal mit den uo probiert und heute möchte ich meinen ersten an einem moment ich habe da eigentlich ein zwölk mehr moment meinen ersten das nervt mich jetzt gerade ein bisschen ich möchte mir besser gesagt einen anderen startetes bildhaus holen damit ich das passt schon wenn ich da rübergehe ja die im tod schul das tod schon möchte ich mir holen als blöde rate oder sein ein speicherpunkt ist was in der nähe ist perfekt rasten danke ich möchte jetzt den nächsten punkt ist hier gleich wie immer ja hier ist gleich wie immer zu freundlich nein doch nicht gleich wie immer wie geil ist denn das dachte ich mir schon ich hole mir jetzt das kameraden ich dachte mir den habe ich besiegt ich denke gerade nach ob wir den oder machen ach shit happens ja 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 Oh, cool. Ah, diese Scheiß. Ersten Punkt haben wir mal. Okay, er hat mich. Boom. Hier ist der Strecke. Eigentlich ist der Spora einfach. Wer ist ein böse Orga? Er hat mich. Okay, ich bin tot. Ähm. Da kann man so leicht hängen bleiben, hey. Aber... Dacht mir nicht, dass ich noch mal so einen Typen... Hat er jetzt trittet? Ich bin kein Fußball. Ich merkte das. Haha. Bra... Äh... Okay, er hat mich. Hau dich hin. Hau dich doch hin. Angekehrter Oga Nr. 2. Komm, komm, komm. Fuck, ich bin tot. Leute. Nicht im Ernst, oder? Ah, Gott. Jetzt habe ich so lange herum geschießen bei dem Typen. Hm. Ich frag mich sowieso, ob ich einen... auf seinen Kopf werfen kann. Da wäre ich... sehr dafür. Er randaliert hier herum. Auch eigentlich nur mal so viel. Was machst du denn hier? Du kannst sicher nicht hierher. Du kannst sicher nicht hierher. Du kannst sicher nicht hierher. Hey, cool. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist der statt der Oma hier. Der ist auch nicht tot. Echt jetzt? Dann gehe ich zu meinem Oberfreund runter. Hallo, Oberfreund. Komm. Kommt er mir eh nicht nach, oder? Mach was. Dann mache ich was. Ach Gott. Hier kommt er eh nicht rein. Ja. Warte, ich stehe hier sehr günstig eigentlich. Mhm. Hört sich aus, gell? Soll er was machen? Soll er was machen? Ja. Auch ziemlich getroffen. Das war ich zu langsam. Das war ich zu langsam. Ach zu. Aha. Ogerlein. So sieht man sich wieder. Ich wollte hier eigentlich nichts wieder sehen. Uff. Spielt da schon wieder Fußball mit mir. Jetzt habe ich mal Zeit zum Heilen. Weiter. Da. Da werden mir die anderen Gegner tausend mal lieber. Mach doch endlich was. Treten ist nichts machen. Ja, jetzt habe ich nicht weggekennen. Was? Ich bin tot. Lol. Hier. Haltet das. Ihr haltet das aus der, das. Ja. Danke. Leben dazu, das ist mir ganz gut. Entschuldige mich wieder auf. Komm, 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 Ogerlein. Mein liebes, kleines, großes Ogerlein. Nicht mit mir. Alter. Alter, was ist mit dir? Meine Fresse. Alter, was ist mit dir? Gut, gut, gut. Komm, 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 komm. Let's do this. Nein, 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 nein. Fußballspielen ist hier nicht. Das ist kein Fußballplatz, mein Junge. Ja, ja, komm. jetzt hat er mich ich überlebe es gleich zwei tränke nicht drei bitte danke es ist ein bisschen akku schon der junge er ist nur ein behinderter ok das ist gemein ich nehme das jetzt zurück hat mich ich habe nicht mehr viele schläge zwei höchstens kaum mach ich gehe nicht zu dir zu nicht hin zu dir ich habe gar nicht zu schießen kann ja ich habe ihn noch eine gebetsberle oh cool mehr heilung das ist das ist gut das gefällt mir auch mir jemand tür auf verschließt denn hier einfach die tür das ist jetzt ich volle schweinerei jetzt sind wir hier ja 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 jetzt ist er mich ja 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 mega fehl schon wieder mal ich möchte was nicht angehen jetzt schon ich gehe mal zum umland ist es geheißen wenn ich burg da und das hat nein ja doch passt schon vielleicht hat sich hier auch was da ändert ich hoffe zwar nicht nein hat sich gar nichts noch immer die gleichen gegner jetzt schauen wir mal eh loot ich hab da loot es leuchtet nur nicht alles was glänzt ist gold wie sagt man da ja genau so halte ich bin dann wölfchen welchen welchen ja definitiv machen wir das jetzt mit diesen diesen kopflosen vielleicht zuerst perfekt mal kurz gucken flasch gegen wahnsinn zeug gegen wahnsinn habe ich nun mal und gar nichts das möchte ich noch Dreckding hier Dreckig hier Dreckig hier Dreckig hier Ah, ich bin tot, grauen. An grauen bin ich gerade verstorben. Was, wann? Was war das? Toll. Das war's jetzt mit meinem Versuch. Ach Gott, das ist so scheiße. Was soll der Kack? Hm, genau. Ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Ich habe nämlich keine Konfetti mehr und ohne das schaffe ich das Ding nicht. Ähm, Shampoo Pamp, ich glaube das erste war es. Und dort können wir zu einer alten Freundin zurückkehren und sie besiegen. Das machen wir jetzt noch zum Schluss, das geht ziemlich schnell. Hoffe ich hört. Jetzt. Nö. Nö. Sicher nicht. Dich will ich. Du bist mein Freund. Und wenn man den da nimmt, kann man nämlich in ein Gebiet kommen, wo ein Boss auf uns wartet, den was man ziemlich leicht verpassen tut. Ja, Lord, du hast. Ja, gehe ich hin. Er macht. Oder? Cool, brav ist er. Brav, Junge. Alter, Wolf. Oh, ich kann mit ihm reden. Oh, gut, ich hab dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt müssen wir hier hoch Und Genau Dann können wir hier Knarberbaum Keine Ahnung, was wird das brauchen Einmal Nochmal Nochmal hier hin Und wir sind in einem netten Gebiet Mit einem Leuchtfeuer Was man ziemlich Leicht verpassen kann, das sage ich euch Jetzt denke ich gerade nach, wo ich hin muss Ah, hier runter Und tot ist sie Und erledigt haben wir das Biest Das braucht man nämlich für ein Ende Bist du jetzt hin? Braves Ding Ah, genau Jetzt haben wir einen Erfolg bekommen Und frische Schlangen Geweide Das Kakiformige Herd Einer großen Schlange Die große Schlange Gilt als Gott des Landes Und das Herd soll das Organ sein In dem der Geist wohnt Die Form ähnelt einem Kakifrucht Doch Es sind die Eingeweide eines Gottes Ah Habe ich einen Gott getötet? Man kann getrost annehmen, dass der Verzehr göttliche Eingeweide Gesundheit Schädigend ist Okay Ist nämlich die Brücke, wo wir runtergebrochen sind Fallen wir gerade aus Da wären wir nämlich rausgekommen Drecksvieh Endlich ist es tot Und Ey, wir haben auch noch genug Zeit Noch Irgendwas anderes Wir wissen, was hier ist Machen wir das so Ey, Loot Ah Ja, Drachtenträne Oh, cool Cool, cool, cool Das hat sich ausgezahlt Ach Das war fast zu einfach Genau, hier war das Hoch komme ich ja auch nicht mehr Vielleicht geht es hier irgendwo in ein geheimes Gebiet weiter Nö Nö, nö Nö Gut, dann machen wir das so Also Im Grunde braucht ihr für das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe Nur das Das Puppenspieler Nini Jutsu Ja, schauen wir mal zu ihm Schadet auch nicht Das war cool Okay Vielleicht beenden wir den Platz heute mal früher Aber nächstes Mal Probieren wir den Uhu Also kaufen, was hast du Schönes Nichts, was ich mir leisten kann Ja, ja Stimmt, ich habe kein Geld Ah, super Das ist ein Inventar Schon ziemlich viel habe ich Na herstellen brauchst du keines mehr Ich habe ja schon alle Das ist die Frage Auf was ich dann gehe Hier Kostet alles so viel Er hat drei Drei Also insgesamt zehn Wenn man nur fünfe kriegt Nein, sechs, glaube ich Gute Frage Nächste Frage Das habe ich alles noch nicht Diese Materialien Die sind schon ziemlich selten Ich schaue hier Ja Passiert Bitte sehr Ähm, ja gut Ich sage jetzt eigentlich nur mal Und ich sage jetzt nur mal Wenn euch dieser Geheime Boss Diese Schlange euch gefallen hat Dann lasst mir Bitte ein Abo da Und Bis zum nächsten Mal Ciao